Musik Gute Abend, ich heiße Heligut. Und ich heiße Automatik. Willkommen zu viele verschiedene populäre Filmbesprechungen. Heute Nacht werden wir ein paar tollen und nicht so tollen Filmbesprechungen. Allerdings. Haben wir auch ein Wärschauer Filmauschnitt für Sie zu genießen. Wie auch haben wir ein exklusives Gespräch. Bleiben Sie dran. Jetzt gehen wir los. Unsere erste Filmbesprechungen ist über fast berühmt. Hier ist dein kurzer Auschnitt. Die andere Kinder machen Sie lustig über Ihnen, weil er so jung aussieht. Sie beschift in Drogenfander. Wirklich? Eines Tages, du wirst cool sein. Hier ist Rolling Stone Magazine. Wir haben ein paar deine Geschichte zu lesen und du so für uns schreiben. Wir können nur 700 Dollar bezahlen. Okay, 1000. Wie hoch bist du? Siebzehn. Ich auch. Eigentlich bin ich sechzehn. Ich auch. Ist das nicht lustig? Die Aufrichtigkeit nur anders klingt. Ich bin fünfzehn. und ich weiß, was schon压 Chernep deaths topk Sind. Lass mich nur auf den Zahlen, wir denken sehr dû mehr. Auf reflectiv die Zukunft. Die GleichbereENSší & Creator werden erheben. Wir müssen uns die auf------ fachtigern. Ja, es gibt uns die Beine Share. Patrick Fugit, danke für Kommen. Kein Problem, danke für mich haben. Erste Frage, genießen Sie es in Filmschir spielen? Ja, es macht viel Spaß. Arbeiten mit solchen begabten Leute ist ein Privileg. Tatsächlich, ich weiß... Ja, ja, ja. Und, um, warum haben Sie entschieden, dass es wohl... was du nehmen? Ich brauchte das Geld. Nein, nein, nein. Ich habe durch die Schrift gelesen, und es gefällt mir sehr. Also, ich habe ein paar Leute von dem Film getroffen, und sie machten viel Spaß, und... Okay, wir haben fast nicht mehr Zeit, aber ich habe nur ein mehr Fragab. Was planen Sie für die future? Ich werde auf dem Geld leben, bis ich kein mehr haben. Dann werde ich wieder in Filme spielen. Ich habe gedacht, dass wir hier kein Zeit haben. Jetzt sind wir fertig. Danke, Patrick. Und wir sind zurück. Das hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Jetzt würden wir die Film besprechen. Ich finde das Film toll. Es war sehr bewegend und lustig. Ich empfehle dieser Film zu jemanden, das großartige Filme lebt. Erklick? Ich finde es für ein fruchtbaren Stück Müll. Ja. Patrick Fugit hat die Schauspielerei Potenzial von einer Toterkatze. Ja. Ich denke, dass du bist verruckt. Oh, jedenfalls. Hier ist unser Nexsten Film. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Landon Carter. Ich bin nur ein Gewösschnell. Ich bin nur ein Gewösschnell. Dann würde ich mich verruckszieren. Ich bin nur ein Neues, das ist ein Geist. Ich bin nur ein Geist. Ich bin nur ein Zeichen. Ich bin nur ein Geist. Hahaha Ist es dir egal was Leute denken über dich? Nein Zwei Leute mit nichts gemein haben Ich brauch gehilfe mit meiner Aufkommen Landen Carter fragt mich für気 φ module? Bitte Ok Landen Carter kommt hier? Fat Sunny, ich bin ein Kind Es ist Landen, dass ich nicht vertreiben Landen, wo bist du gewesen? Natürlich Es ist los, man. Es ist, wie du gerade seid für deine Tests und rein und hot. Todd Carter, es ist, wie du gerade seid? Und deine Troy, man. Jamie, auf die Tour bitte. Ich hoffe. Wir können geheimnis und designen. Genau, es ist, wie du meine Gedanken und geläzen hast. Ich glaube, du kannst du meine läzen. Ich freue mich, dich. So, wie du das? Wir sind, wie du, deine Tests und die Tests und die Tests und die Tests und die Tests. Und du, deine Tests und die Tests und die Tests. Mit mir ist die berühmte Schauspielerin Mandy Moore. Guten Tag, Otto. Mein Gott, sie sprachen zu mir. Ja, natürlich. Es ist ein Versprach, richtig? Oh ja, ich bin ein Dummkopf. Erste Frage, warum sind Sie so toll? Äh, ich habe keine Ahnung, wie das Frage zu beantworten. Entschuldigung, ich bin so blöd. Ich hasse mich. Otto, Otto, es ist kein Problem. Ich finde dich nett. Wirklich? Sie runden mein Leben ab. Er gibt mir ein bisschen Angst. Kann ich gehen? Nein, bleib hier. Nein, ich muss erklinklich gehen. Ach, tschüss? Ich habe ein tolles Gespräch, aber jetzt muss ich mir über den Film sprechen. Leider, der Film ist aber bittig. Es kann viel zu viel Shane West und nicht genug Mandy Moore. Und nicht dem Ende zu verunsieren, aber Mandy stirbt. Es kommt nicht schlimmer sein. Danke. Ja, hast du denselben Film gesehen? Shane West war die Beste. Er macht den Film besser. Mandy Moore soll mit Singenbleiben und nicht den Film spielen. Blasphemy! Ja. Und hier ist unsere letzte Fortschauers Film Ausschnitt. Autostrasse? Zu nirgendwo. Zwei jungen Leute, fahren zum Kino. Ich weiße, wo wir gehen? Ich weiße, hier an die Lampart. Nein, ich kann nicht sagen. Ah! Ah! Oh Mensch, fast Laufenbeer tun! Laufenbeer. Das Person tot? Verden die Polizei fangen sie auf? Wie lange können sie laufen? Wir wollen nur noch mal zu knowen. Und kommen alle Zeit. Was halten sie davon? Ich werde es um 12 Uhr sagen. Ich auch. Ja. Immerhin es spielt Liz Smith und David Auerz in die Hauptrolle. Ja. Genau. Das ist alles für heute. Ich heiße helle gut. Und ich heiße automatisch. Erinnern Sie sich, sagen Sie nicht, bevor wir raten Sie. Sie sind verdient, wenn Sie nicht. Ich weiße! Ich weiße,